Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen Alle Chikos und Chikas da draußen Hübser da, der Skylines am Start genannt So wie eine kleine Runde Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm Shippuden mäßig 2 Und äh Ich sehe gerade, ich habe nur noch 59,8 GB Von meiner 5 GB Festplatte frei Alter Schwede, wie viele Videos sind denn schon auf meiner Festplatte drauf? Derbe Digga Okay, wir stücken Ah Spieler durch Die sich wieder erheben Dank des Zuspruchs von Iroka kommt Naruto wieder auf die Füße Damit er den Tod seines Meisters rächen kann Beginnt er auf den Mojobuku Berg Eine neue Form des Trainings Ja, und wir haben uns in der letzten Folge Ordentlich immer um die Nebenmissionen gekümmert Und daher beginnen wir jetzt Directly Mit Der Hauptmission Wie ich es versprochen habe Und da haben wir ihn doch schon hier Moin alter Mann Ja Yay Mojobuku Berg Ich freue mich Hoppala Schön Ich freue mich Ich freue mich Ich freue mich Ich freue mich Ich bin hier für mich gekommen, aber ich bin hier für mich gekommen. 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 Das ist so. Das ist gut. Dann werden wir jetzt wiederholfen. Ich bin hier nicht gekommen. Erstens. Wir beginnen mit diesem Bereich. Was? Was? Ich bin hier für mich gekommen. Ich bin hier für mich gekommen. Dann sind wir von einem anderen Einzelnen, und machen die, es gibt nur ein bestimmtes Einzelnen. Ich bin hier für mich 謝謝. Ich denke, es muss ich fühlen. Wir werden schnell funktioniert. Dies ist das? schluss die schluss ganz ehrlich wenn er dieses jahr drauf hat um starken kopien raus drauf zu beschwören warum hat das nicht gegen pain gemacht das ist natürlich super wenn du etwas in einem Raum dich schwerer bewegen kannst und da lernst genauso schnell zu bewegen wie du es schon normal tust und dann in einem normalen Raum bist wo normale Bedingungen herrschen dann bist natürlich immens schneller ey das ist schon geil nein ich bin noch nicht bereit wir haben ja ordentlich gekauft hier zur Sicherheit auf geht's Kashi, Sakura und Zai sind unsere ersten Gegner in unserem neuen Training schauen wir mal ob wir uns da etwas besser tun oder ob wir uns da gut tun oder ob wir aufs Maul kriegen äh ich hab das zwar schon im via pinata let's bit gesagt aber ich habe bei mir hier ähm ein GTA 5 liegen und äh wollte wissen ob wir was dagegen haben wenn wir dazu ein let's play machen online let's play oder ob wir ob ihr eher der Meinung seid ne also wir können auch online zocken also online let's play machen sozusagen wäre auch eine Möglichkeit steht euch zur Entscheidung wenn nichts kommt werde ich selber entscheiden das war jetzt nicht mein Plan alter was haut er die ganze Zeit ab dieser Arsch bleib halt hier du blöde dickste ich muss auch ganz ehrlich sagen ich äh musste grad die Stellung erstmal wieder ein bisschen weil ich grad überhaupt nicht scheiße das gibt's doch nüt ey bum bitch bam die aufladen ok nur ausweichen gut ausgewichen ok das war jetzt ich mach mich ich stell mich grad richtig dumm da oder alter ey alter ich stell mich grad auch ein bisschen blöd an ey Charingan ey es soll mir sein ich hab mich grad echt blöd angestellt ey ich hab mich grad richtig dumm angestellt ich hab mich grad richtig blöd angestellt das geht gar nicht klar weiter so jetzt hab ich Sakura geplättet ich hab mich grad richtig blöd angestellt ich hab mich aus hier ich bin im 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 Boah, das war knapp, Alter. Schon wieder die gleiche Scheiße. Fick you in your face. Bisschen die Abwehr mal aufbauen. Direkt mal einen hinterher. Mit dem Super-Jutsu geht es immer am besten. Super mit der mega vielen Attacken-Kombo-Scheiße besiegt. Wir haben auch nichts anderes erwartet, Naruto. 52, 59, 2795, 2600. Rapper. 385.000 Sturmpunkte erreicht. Titel erhalten. Kidan. 840.000 Sturmpunkte erreicht. Ist abfreigeschaltet. Der Rapper. Oh yeah. Yeah. Aha. Yeah. Yeah. Motherfuckers. Yeah. Yeah. Aha. Yeah. Yeah. Mehr kann ich aber auch nicht. Oh ja, ich nehme den ganzen Album nur mit. Cheer, cheer, aha, yeah. Put your motherfucking hands up. Cheer, cheer, aha, yeah. Aha, 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 aha. Damit nehme ich jetzt ein ganzes Album auf. Aha, aha, aha. Mal bedeselling. Aha, 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 superfahr. Dort lover dir, Ausat. peek in Don's Worth. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Und da sehen wir, jetzt kann der alte opa ordentlich von hinten sauber machen und so also naja das dorf versteckt im regen so Das war's für heute. Das war's für heute. Oh-oh. 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 Oh-oh.